Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Dice Sphere Program. So, wir haben im letzten Part auf Mustaf war dafür gesorgt, dass wir deutlich mehr von dem High Purity Silicon hier bekommen, weil wir davon viel zu wenig haben. Und das werden wir jetzt importieren. Wir pflanzen uns einfach mal da hin. So, das wollen wir haben. Remote Demand. Bitte, danke. Auf geht's. Warum lebt der das hier nicht? Verstehe nicht. Boah, okay, wir haben ein paar Powerprobleme hier. Wind ist hier schwach, aber okay. Okay, wir haben welche. So, setzen wir uns auf einen. Ein paar Turbinen. Mehr meint. Es sind doch einiges. Es sind ja doch fast drei Megawatt. Das wäre typisch. Naja, reicht schon, dass wir auf einmal von Akku, wir brauchen einen Akku zu nicht mehr Akku kommen. Ist schon was da? Oh ja, da ist schon was da. Ich hoffe, die bringen das jetzt da von Mustafah. Ja, das dürften Schiffe von Mustafah gewesen sein. Dann klemmen wir uns gleich mal hier an. Go, 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 go. Achso, was sollte ich noch sagen? Ah, das da. Und noch eine, ein... Okay, die teilen sich da eh auf. Passt. Nicht, dass sich das dann hier zurückstaut ist, sondern die lokale Produktion soll ja natürlich auch verwendet werden. So, jetzt müssten wir aber hier auch upgraden können. Um noch die... die Produktion noch weiter zu beschleunigen. Hoffe ich. Schauen wir mal. Naja, vielleicht auch nicht. Ziehen da ist doch ziemlich viel. Aber gut, wir haben jetzt hier auch einen Puffer, der... naja, Puffert. Den wir nicht unbedingt brauchen, weil wir eh hier einen Puffer haben auch, aber egal. Haut das hin, kriegst du genug hier. Ne. Ich fürchte, wir... ähm... überstrapazieren dieses Förderband. Ja, definitiv. Sag ich mal den nochmal ab. Hoffen wir, dass die hier... Na, hier dürft's... hier dürft's... passen, jetzt. Rufe ich. Könnt... könnt hinhauen. Da sind halt immer wieder auch so... Hacker drinnen. Die sind natürlich schlecht. Oh, jetzt... Jetzt hab ich kein Kupfer mehr. Die lokale Produktion geht natürlich erst mal vor. Also, sie hier upgraden auch. Danke. Haben wir nicht. Toy! Toy! Ah, verdammt. Haben wir das schon irgende... irgendwo? Kriegen wir das schon hierher? Oder nicht? Ich fürchte, wir lassen uns das noch nicht liefern. Keine Ahnung, ob wir da schon... was hingebaut haben oder nicht. Aber ich fürchte, das müssen wir noch... selber holen. Was natürlich blöd ist, aber... Der ist ja sowieso voll. Ne. Wurscht. Da werden wir einfach selber mal hinfliegen. Wo war denn das? Ach so, warte. Das ist ja hier gar nicht so weit weg. Das war ja bei einem anderen Spielstand einmal, wo das schwarze Loch irgendwo... nur... ganz am Ende war und ich da... unterwegs zweimal vollladen musste. Weil es sich nicht rausging sonst. Aber warte mal. Der holt was hier. Ja, das ist was anderes. Der holt hier... die Säure. So, hier beim schwarzen Loch. Sollten wir das bekommen. Und go. Ist eh nicht so wert. of war... das ist wirklich... Was ist das? Wenn das ist, etwas ist. Also, das ist... Oh, da sind wir. Oh, hey, 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 warte auf mich. Meine Güte, da hat ein Tempo drauf. Und er dreht sich auch wahnsinnig schnell. Boah, schaut euch mal die Rotationsgeschwindigkeit an. Oh, boy. Ho, 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 ho. Oh, Rotationsspeed. 75 Sekunden dauert hier ein Tag. War ein bisschen Period. Er umkreist das schwarze Loch in... ...und eine Dreiviertelstunde ungefähr oder so. Nee, schlecht. So, und das war mal. Toll, und wir kriegen es auch diesmal nicht mit, ne? Great. Ah, gut. Wenigstens ist es nicht so weit weg. 0,197. Da kriegst du überhaupt nichts raus aus der Dyson-Sphäre. Ui, okay. Werden wir aber vielleicht trotzdem da einer hinbauen. Man kann das, ja. Mal sehen. Boah, das dreht sich hier schnell. Ja, es ist ein schwarzes Loch, ne? Aber wir können gleich mal 10 von denen bauen und wieder mehr Magneten mitnehmen. Das Titan brauchen wir auch nicht. Das ist nur etwas, was wir loswerden können. Nicht wirklich, ne? Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. möglichst viel mitnehmen, weil umso weniger müssen wir herkommen. Aber weißt du, warum hat er die Route nicht genommen? Achso, weil wir sie nicht festgelegt haben. Darauf wollen wir hin. Weil wir brauchen Kupfer. Wobei eigentlich sollte uns die lokale Produktion vielleicht doch mehr egal sein. Ja, ist schwierig. Wurscht, wenn es schon so steht, dann nutzen wir es auch. Aber ansonsten werden wir die lokale Produktion vielleicht auch ein bisschen mehr ignorieren, weil dafür haben wir ja jetzt die große Fabrik auf Mustafa. Die ist ja genau dafür da, dass wir einfach massig in- und exportieren können. So, wo müssen wir da hin? Da. So, ihr braucht's mehr Kupfer. Bitteschön. Hä? Oh. Oh, okay. Hm. Wollen wir da jetzt? Was machen wir denn da? Da. Oh, wir brauchen genau das. Gut, dann schmeißen wir das hier mal weg. Und nehmen uns die hier. Ja, da liegt noch irgendwo da. Machen wir die zu dem da. Und haben wieder Platz im Inventar. Passt das jetzt mit dem Kupfer? Ja, habt's jetzt wieder genug. Können ja da noch noch zwei dazu klatschen. Solange das Förderband das hier mitmacht. 10 Millionen Kupfer ist noch hier. Gut. Schauen wir jetzt hier aus. Es mangelt nach wie vor an den Halbleitern. Okay. Dann würde ich vorschlagen wir machen hier noch das Speichern dauert teilweise schon lang. Wir machen hier noch mehr Kupfer. Zweigen hier nochmal ab. Okay. So. Mist. Achso, wir können ja nicht das verlängern. Passt schon. Wo machen wir das hin? Machen wir das hin. Machen wir das hier hin. So. Und nachdem er von hier jede Menge kommt ziehen wir uns von hier noch mehr raus. Ganz einfach. Zwei Sekunden. Er braucht... Okay, da braucht's ein paar Sekunden. Sollte er hinfahren. Schauen wir mal. Lack of Items. Das ist nicht euer Ernst. Gut, wir können noch welche machen. Gott sei Dank. Ohne sonst irgendwas craften zu müssen. Bast. Achso, der steht schon unter Strom. Deswegen ja, der das nicht produzieren kann. Okay, wir können hier noch mehr machen. So. Stimmt das so? Nö, alles zu viel. Das haben wir vergessen. So, das sollte hoffentlich passen. Ja, schaut gut aus. Auch wenn's hier ist mit Kupfer schon ein bisschen knapp werden kann. Können wir hier noch einmal nachsetzen. Oh ja, wir haben zu wenig Kupfer. Die fressen das gerade komplett weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fuffzehn. Das ist das Maximum. Das muss jetzt reichen, weil die setzen hier schon alles raus. Okay, das dürfte jetzt aber passen. Also mehr, mehr kann man da jetzt erstmal nicht rausholen für die Prozessorproduktion. Okay, das scheint's aber auch gut zu sein. Oh. Okay, noch das Upgrade. Können wir hier dafür weiter upgraden, ne? Und wir sind schon wieder voll, Mann. Gut, weg mit die Carbon Nanotubes. Die brauchen wir eh nicht. Passt. So. Sollte sich hier hoffentlich positiv auf die Prozessorproduktion auswirken, schauen wir mal hier nach. Sind sie das? Das sind sie. Ja, wir können hier definitiv aufstocken. Woran mangelt's dann? Brauchen beides gleich viel. Das mangelt wohl erstmal an Gornix. Schauen wir mal, wie sich's jetzt entwickelt. Dass wir jetzt gleich in die Höhe schießen. Platinenproduktion ist aber in Ordnung, ja? Oh, oh. Ich glaube, wir produzieren erst zu wenig Platinen dann. Gut möglich. Ja, definitiv. Allerdings ist's noch nicht so tragisch. Können wir noch weiter aufstocken, wie's aussieht. Okay, komm. Hallo. Gut. So und so von mir aus. Und das passt hier. Ja, das passt gut. Mehr Prozessoren für uns. Das Problem ist, jetzt haben wir hier wieder. Deswegen nicht von dem Förderband. Es ist recht so, ich dann mal. 47. passt nur mal rein damit Remote Supply von dem so ist es an das schaut gut aus wie gesagt Platinenproduktion nicht da werden wir was machen müssen ok besser geht in die richtige Richtung machen wir es gleich so oh wir haben kein Strom mehr wir haben zu wenig Power zu wenig Power wir brauchen Platinen, Kupfer und Dingsbums Platinen Kupfer Shit Inventarplatz brauchen wir vor allem das da brauchen wir gut dann nicht wir bekommen hier zu wenig von dem Silizium offensichtlich das wird dann noch ein Problem werden aber ein Problem für den nächsten Part ok es wird besser gut wie gesagt wir werden jetzt mal als nächstes dann schauen dass man dass man sich mehrere Planeten suchen mit Silizium und das Silizium einmal nach Muster verbringen weil offensichtlich haben wir hier ein bisschen Probleme da Schiffe bitteschön wird das hierher geliefert irgendwo eigentlich geh weg mit dem und dem das sind wohl die einzigen zwei Logistiktürme das heißt wir haben hier noch keine Station hierfür Demand danke her damit können wir kleine Drohnen machen nö brauchen wir Eisen dafür um nicht so viel Förderband verlegen zu müssen das ist nicht ganz praktisch wir werden wohl auch zu wenig Eisen dann haben wohl die hier eh volle Kamme rausschmeißen so es mangelt an Prozessoren alles klar so das ist auf Lokal Supply und hier machen wir auch äh Lokal nein das hier Remote Storage Local Demand die Schiffe können sich dann darum kümmern go wir hätten vielleicht sagen sollen die sollen nicht zu viel dorthin liefern äh danke 200 sind wahrscheinlich genug shit ah jetzt können die selber losfliegen und Sachen holen passt und die sind erstmal gerüstet mit viel zu viel aber gut gut feiner aber das war es wieder für diesen Part ich bereite mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal ciao ciao